Streichbarer im Allgemeinen Streichbarer im Allgemeinen Streichbarer im Allgemeinen Streichbarer im Allgemeinen war ja damals nicht bekannt als katholisch wohl aber nicht konservativ Preußisch und so kam es dass diese Elemente in München weitergehen wollten. Die Revolution sollte nicht stehen bleiben, es sollte nicht sein, eine rein bürgerliche, sondern eine soziale Revolution. Wir wollten in erster Linie die Universität davor retten, wie der Landauer uns gesagt hat, ihr müsst da hingehen, denn sonst kommt die Arbeit, unsere Damen und Herren, von München und bis jetzt die Universität, haben wir gesagt, kommen Krieg her, machen wir. Sagt er, jetzt los, hat er gesagt, nimm die Granaten, ziehe raus, dann habe ich es da gewonnen, runtergefeiert, hinter das Lokomotiv, weil man denkt, da ist es gescheiter, wir fahren. Und dann hat es schon ein Loch nicht gerissen, dann sagt er, du alle runterschmeißen, was du willst, und die haben dann aber einen richtigen Schwung haben müssen, die haben noch nicht geschossen. Dann habe ich alles nicht gefeiert, dann hat es ein paar Wagone aufgerissen und auf der Lokomotiv, ist dann was frei geworden, gell, und da sind sie nachher raus, ein paar Verwunderte, die hat es schon gegeben, und der hat noch gleich mit dem MG, an jeden, wo er da erwischen konnte, hat er mit dem MG runtergeschossen. GERGETEMEIER 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 Untertitelung des ZDF, 2020